Musik Och Emma, das sind meine Spielzeuge, jetzt will ich mal spielen. Ich war den ganzen Morgen in der Kita und da habe ich nur ein bisschen gespielt. Gib her! Nein Julian, das sind meine Spielzeuge. Nein, das sind meine, die hast du aus meiner Kiste geklaut, das weißt du. Hm, du musst jetzt warten. Aber guck mal, du hast so viele Spielzeuge, gib mir doch wenigstens eins ab, damit ich da vielleicht ein bisschen spielen kann. Dann kann ich mit den anderen gleich spielen. Ich bin noch nicht fertig. Ihr beiden Raufbeute, ich kann jetzt nicht, ich koche. Also benehmt euch. Hallo Mama, ich bin schon da. Wir hatten die letzte Stunde frei und ich konnte früher gehen. Ach toll Hannah, super. Dann kannst du mir ja gleich noch zur Hand gehen. Vielleicht deckst du den Tisch, ich bin gerade am Kochen. Ich lege kurz meine Tasche ab und dann decke ich den Tisch, Mama. Ich helfe dir doch gerne. In der Schule war es ein bisschen langweilig. Wir hatten eine Doppelstunde Mathe. Hm. Hannah, war heute nicht der Vokabeltest auch dran? Nein, nein, der ist ausgefallen. Den schreiben wir erst morgen. Die Lehrerin war krank. Deswegen hatten wir ja zwei Stunden Mathe. Emma, lass das. Das ist meins. Hey, ihr beiden. Was ist denn da schon wieder los? Oh, Hannah, kannst du eben kurz zu deinen jüngeren Geschwistern gehen und gucken, was die da treiben? Lass das. Die bringen mich um den Verstand. Geh weg, Julia. Lass das. Das ist mein Spielzeug. Jetzt will ich mal spielen. Nein, ich bin noch nicht fertig. Du musst warten. Doch, du bist schon fertig. Du bist klein. Du musst warten. Mama. Emma, Julian, hat doch auf. Nein. Warum müsst ihr immer zanken? Das gehört mir. Um genau zu sein, gehört das mir. Ich bin die Älteste von euch. Nein, das gehört mir. Das habe ich dir vererbt. Das ist mein Spielzeug. Mama. Das hatte ich schon, als du noch gar nicht geboren warst. Ja, und jetzt ist es meins. Her damit. So, das ist jetzt einkassiert. Hannah, lass das. Das gehört mir. Hannah, gib mir das bitte. Her damit. Ich nehme das mit in mein Zimmer und dann ist hier Ruhe. Mama ist schon ganz sauer. Hey, Mama. Ihr raubt mir den letzten Nerv. Jetzt ist Schluss. Hannah. Geh runter von mir. Geh runter von deinem Bruder. Hannah. Ich habe es dir gesagt. Das ist mein. Hannah, Hannah, Hannah. Das ist mein. Ich gewinne. Hull den Dino. Hull den Dino. So, ihr drei. Jetzt wird erst mal besprochen, was hier gerade passiert ist. Mama, ich will nicht besprechen. Immer diese Sitzkreise. In der Kita auch. Ich will jetzt spielen. Mensch. Nein. Der Dino, der gehört jetzt mir. Ich werde ihn einziehen. Wenn ihr euch nicht vertragen könnt, dann kriegt ihn niemand. Was machst du denn damit? Du kannst doch damit gar nicht spielen. Das ist gar kein Dino. Das ist ein Drache. Jetzt reicht's mir aber. Ich kann dieses Geschreie nicht mehr hören. Mama, 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 Mama. Bleib hier. Bitte, 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 bitte. Wir diskutieren das auch aus. Mama, nimm nicht den Dino. Kinder, ihr habt so viel Spielzeug und jetzt streitet ihr euch um diesen Dino? Drache. Mama, ist doch egal, was es ist. Spielt doch mit was anderem. Autos oder mit den Puppen. Teilt euch das einfach auf. So, Mama, ich habe einen Vorschlag. Das ist die beste Idee. Und zwar, ich spiele jetzt 20 Minuten. Dann kann Hannah 10 Minuten spielen und Emma braucht ja gar nicht spielen. Die hat ja schon gespielt, ne? Also, ja, ich spiele jetzt einfach, weil ich bin ja auch der Junge. Das heißt, ich darf als erstes spielen. Jetzt heult auch noch die Kleine. Also, ihr könnt euch nicht einigen. Und damit deine Schwester jetzt endlich aufhört zu jammern, bekommt sie jetzt diesen blöden Dino. Ich habe die Schnauze voll. Das ist ja so ungerecht. Ich habe den Dino und ihr habt ihn nicht. Ich habe den. Danke, Mama. Mama? Riecht dir so komisch, Mama. Hast du? Ich hoffe, die Würstchen schmecken nicht so, wie sie riechen, Mama. Das ist ja... Oh nein, ich habe den Herd vergessen. Ach du Schrank, es brennt. Raus, raus. Hallo? Ja, ich muss dringend mit Martin sprechen. Mama, ruf Papa an. Martin? Ja, ich bin's. Der ganze Dachstuhl brennt. Ich habe das Essen aus den Augen gelassen. Nicht nur die Küche, sondern auch das Kinderzimmer. Bitte komm schnell. So, Männer, wir müssen uns beeilen. Meine Familie wartet. Los, schnell, beeilt euch. Schatz, Liebling, Kinder, alles in Ordnung bei euch? Was ist denn passiert? Papa, bei uns brennt's. Oh, Papa, die Spielzeuge, bitte. Ich habe Angst. Martin, uns geht es gut, aber der Brand ist schon ziemlich gefährlich geworden. Die ganzen Räume sind befallen. Alles klar, wir kümmern uns drum. Kinder, keine Angst, wir kümmern uns drum. Männer, das Feuer in der Küche ist gelöscht. Wir müssen weiter vor. Jetzt ist das Kinderzimmer dran. Los, beeilt euch. Männer, das war's. Ich komme wieder runter. Peter, darf ich jetzt wieder zu meinem Dino? Und wann gibt's endlich Mittagessen? Wir schauen uns das jetzt erstmal in Ruhe da oben an. Denn es besteht ja noch Einsturzgefahr. Also wartet noch, wir geben euch Bescheid. Und dann könnt ihr gleich bestimmt nach oben. Aber wir müssen jetzt erstmal alles kontrollieren. Oh, Martin, was machen wir denn jetzt nur? Ich mache mir solche Vorwürfe, dass ich das Essen unbeobachtet gelassen habe. Oh, nein. Liebling, Liebling, alles gut. Euch geht es gut. Das ist das Wichtigste. Und wegen der Wohnung macht ihr mal keine Sorgen. Ich habe sowieso schon, du weißt, wir gucken ja schon länger nach Häusern. Und ich habe da, glaube ich, was gefunden. Aber jetzt erstmal abwarten, was passiert. Sonst kommen wir bestimmt bei meinem Bruder oder so unter. Wir werden da schon was finden. Keine Sorge, mach dir keine Vorwürfe. Es geht nur darum, wir sind gesund. Also, wir haben schlechte Neuigkeiten. Das sieht da oben gar nicht gut aus. Und es besteht auch noch Einsturzgefahr. Deswegen könnt ihr jetzt nicht nach oben. Das Einzige, was wir retten konnten, war leider nur dieser Dinosaurier hier. Das ist kein Dino. Das ist ein Drache. Die Dinosaurier hier in der Lage ein lớer Börfung. PHP